Und dann, weißt du noch, wo wir da um die Ecke gelaufen sind? Genau, ja. Das war... Was da alles schon passiert ist auf dieser Ecke, ich hab das gar nicht geholfen. Ja, das war laut. Ich trinke Uso, was trinkst du so? Ich find's echt nice von Ubisoft, dass die uns eingeladen haben, aber warum nochmal? Ja, wegen Assassin's Creed Odyssey, das spielt doch im alten Griechenland. So, jetzt mal ja, jammer's, ne? So, nach der Fress-ÖGC, geh ich jetzt erst mal auf Klöklöche. Oh! Hat denn alles geschmeckt bei Ihnen? Ja, mega lecker! Ich war auch schon mal im Griechenland. Ja, mein Name ist Gregorius. Oh, wow! Schöner Name. Vielen Dank. Was ist passiert hier? Schatz, ist alles in Ordnung? Was ist denn los? Hat es nicht gekleckt? Huipp! Ein Pony! Hey, Schatz, warum wiegt ihr eigentlich Stroh? Warum kannst du nicht einfach mal deine Fresse halten? Also Schatz, ich will nichts sagen, aber mein Fame reicht bis ins Ausland. Ja, Troll. Wo sind wir eigentlich? Marcel, komm. Was machst du denn? Ist doch gar kein Pferdeführerschein. Lass mich das mal machen. Du läufst. Schön hier, oder? Ja. 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 Ja, das stimmt. Und da wo wir herkommen, da warten noch 298 andere. Gott, ja. 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 Konkurrenz belebt das Geschäft. Ach so, wir sind noch gar nicht im selben Team. Ähm, aber wir können doch trotzdem zusammenarbeiten. Halt den Maul du Athena Abschaunen. Was bist du für ne Spartanerschlampe? Was schockst du mich? Warum schaubst du mich? Du hast mich als erstes geschockt. Weg mit deinen hässlichen Haaren. Was für hässliche Haare. Meine Haare sind zu länger als deine. Die sind viel schöner. Mich verarschen wir, Alter. Oh mein Gott, warum hast du mir das so aggressiv? Eine Frau wird angegriffen. Da, da, guck, das sind grümmerte Kugel. Sparta muss helfen. Sag mal, soll man nicht auch irgendwas machen? Ich meine, die Schuhe und das ist voll die Show. Ach, lass mich das machen. Ey, das war ja mega gut. Wollen wir das nicht lieber friedlich klären? Ich meine, wir können doch auch über deine Probleme reden, oder? Ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut. Sonny, Sonny, sag den Satz. Stimmt. Das ist Sparta. 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 Also, ich bin ja grundsätzlich sowieso gegen Gewalt. Aber, ihr wollt's ja nicht anders. Das ist Sparta. Ey, ganz ehrlich, alle haben mir die tollsten Waffen mit die besten Fähigkeiten, und was hab ich? Hey, wer bist du denn? Ey, ey! Ich hab keinen Bock mehr, Alter. some haben! �ast! Na, 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 Na! Da, Na, 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 Na! Ich hab den. Oh, Gott, gehst. Gehrein. Ja, mit Ou childcare. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dankeschön! Abonniert meinen Kanal! Wo ist der Mann in Schwarz eigentlich hin? Da hinten! Noll, das sieht ja aus wie bei Gladiator. Wo ist der zweite gnevolle Kulta? Okay, es ist wirklich wie bei Gladiator. Boah, die Jugend von damals hat ja gar keinen Respekt vor Fame. Das wo der Endpass ist? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde. Aber ich glaube, wir sollten gemeinsam kämpfen. Gute Idee. Oh Mann, wenn ich wenigstens meinen Adler hätte. Was? Los Jonas, los! Was? Ja, hau doch ab und komm nicht mehr wieder! Tja, wenn man von Anfang an zusammenarbeiten soll. Ich bin so stark! Ich bin so stark! S-T-R-K! S-S-T-R-K! Ich bin so stark! Du Assi! Und wir haben nichts gemacht, oder was? Ey, was ist denn mit Teamwork? Hast du es schon vergessen? Also Schatz, ein bisschen übertreibt uns! Ey Leute! Ihr müsst aufwachen! Die haben uns was in den Uso getan. Komm, wir gehen lieber. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Ich habe geträumt, er war so ein Adler. Und dann hat jemand einen Pfeil ins Knie bekommen. Und dann ist das und das und das.